ein herzliches willkommen und hallo zu einem weiterpart let's play beyond good and evil ich bin Samus Muffix und erstmal ein herzlichen Subscribe für uns wir haben hier beim letzten mal leider mit ansehen müssen wie Paige entführt worden ist, Paige unser Ziehvater und hier für die Jade auch ja, ja, bester Freund wurde hier entführt von den Doms und wir konnten es leider nicht verhindern wir haben gesehen was unter den Helmen der Alpha Abteilung steckt und wieder so seltsame Visionen gesehen, zusammen mit Double H konnten wir jetzt hier ein Doms Wiesen bezwingen und wir haben erfahren dass Paige zum Schlachthaus gebracht wird und ich hoffe einfach mal, der Name ist dort nicht Programm wir werden dort jetzt zwischen, wie es geht, hinstellen ja genau, und deswegen werden wir jetzt hingehen und Paige retten genau hier war es, wo Paige entführt worden ist springen okay so kennt sich da jemand aus, oder wie? was mir auffällt, wir haben eigentlich immer noch eine Kugel im Wasser unten liegen, oder? die haben wir immer noch nicht mitgenommen, verdammt Aufzugstraum Miss Jade da unten liegt eine verlorene Perle ja, was machen wir mit der? sag's mir äh, Schloss ist beim Militär gebraucht, oder? erstätigt ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich da runterkommen soll vielleicht mit dem Roboter wie kommt der war vorher noch nicht hier, oder? ich hab keine Ahnung, Mann, wie wir die verdammte Perle da bekommen sollen höf, höf halt einfach runter, Mädel, oder? kann man irgendwas mit dem machen? hm haben wir irgendein cooles Item? bummerang, oder so mir fällt nichts ein nö ist Paige ein Mitglied des Iris Netzwerks? könnte sein frag mich nicht ich weiß nur, wie viel er mir bedeutet hat sieht aus, als hättest du wieder all deine grauen Zellen beisammen wieder voll da? so langsam aber mein Schädel bringt mich um die haben mein Hirn gut durchgeschüttelt warte mal, lass mich nochmal ganz kurz reingehen, Mann also mich freut es natürlich, dass Double H wieder da ist aber jetzt muss ich nochmal ganz blöd da jetzt nochmal reinschauen weil die Perle, die kann ich doch nicht einfach zurücklassen, Mann das wäre doch Verschwendung, Mann hau es halt abgeraten so jetzt muss ich ja nochmal ein bisschen tüfteln was kann man denn da machen? den da irgendwie schießen hm Leute ich mache das jetzt hier einen ganz, ganz minimalen Cut und ich tüftel das jetzt raus weil das müssen wir jetzt hier echt nicht im Part machen weil, Leute, ich kann nicht einfach nur die Perle rausgehen ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir irgendwo ja Sicherung einsetzen müssen aber äh, wo genau, das weiß ich jetzt noch nicht aber da, oder warte, eine Sache hätte ich noch davor ich weiß ja nicht, ob es klappt kann sie nicht einfach hier eine superaktion, Mann naja, gut dann, sehen wir uns gleich wieder bis gleich so, liebe Leute ich bin jetzt hier nochmal ein paar Minuten rumgelaufen und hab keine Ahnung, was wir machen sollen und deswegen gebe ich jetzt die Perle auf die Perle ist für mich gestorben scheiß auf Mama Go scheiß auf Frau Mama Go die ihre Perlen hier will ich hau jetzt ab, Mann ich steig jetzt in mein cooles Jetboot und sag servus bis hierher also sind sie an den Wachen vorbeigekommen so sag Gasse so ähm, deswegen gehen wir nur weg äh, so da war hallo hallo dankeschön so aufzugrücken äh 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 okay ah sehr schön warte mal Reaper sehr gut ich kann hier nicht schießen das ist zu gefährlich ach, das ist doch nicht gefährlich, Mann ist auch nicht besser, als hier gegen die Wand zu glitschen okay super, Mann dann haben wir doch mal eine Perle gefunden ach, dann bin ich schon wieder happy, Mann so und äh meine 5 Minuten Sucherei war komplett sinnelär so meine Frage ist kommen wir hier jetzt ja raus da geht's nicht raus da sind schon wieder diese Drachenviecher äh warte so und links diesmal geht nicht nach links ha nein, ich leide ich drück dich da vorne ich hab ich hab ich hab gar nichts gedrückt, Mann das ist so ein so jetzt ich drück auch nichts hatte mal Auslaufzeit von 5 Minuten so geht's da raus hey, hab ich hier mal einen Kompass da kann ich immer so schön in die Lego-Perspektive gehen so hey das in die Fabrik reinkommen oh komm, ich bin weg das in die Fabrik reinkommen war nicht annähernd so schwer wie das rauskommen veräppelt mich das Spiel ja, wir schon ein bisschen so muss ich hier noch irgendwas machen muss ich nochmal gegen diese Kackviecher kämpfen darauf habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust aber warte, nee ist gar nicht mehr so unsitz weil dann kann ich das Gitter kann ich kaputt machen das habe ich total vergessen ach jetzt muss ich es ist möglich die zu treffen ich habe so eher das Gefühl so macht man das Jungs und Mädels so Sicherung habe ich eigentlich so kaufen wir erst mal oh eine Boost-Gapsel sorgt für eine kurzzeitige eine Boost-Gapsel sorgt für eine kurzzeitige Verdreifachung der Maximalgeschwindigkeit nö der ist mir wurscht so ich lege lieber die Sicherung ein und damit sollte jetzt hoffentlich das Tor aufgehen es funktioniert Double H Miss Jade dieses Ding frisst mich von innen auf ich halte es nicht länger aus die die Jungs von Iris vielleicht können sie etwas tun um mir zu helfen eine einzige Hoffnung bringen sie mich zurück zu Iris ich bitte sie ich ich kann nicht atmen Miss Jade ich halte auf Not Schaltkreis um aber ich der wird nicht lange halten ja super und jetzt 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 weiß wieso man wieso man diese wieso man diese blöden Speed-Kapseln hätte kaufen sollen so nein so loslassen komm das schaffst du komm rein mit dir alter eine Minute habe ich hier verbrödelt so aber war gut hätte ich das nicht geschafft hätte ich jetzt hier das nicht gesehen also das Tor so voll aufgemacht hätte ich mal hätte ich gar nicht die optionale Perle gefunden so hat sich alles gelaunt so raus raus weg da kein Problem man bitte sag nicht dass wir ihn in der Stadt noch boxieren müssen ach da habe ich geile Lust was ist denn das eine Infektion oder ich weiß es nicht aber macht Sinn ich meine er war vier Tage unter der Kontrolle von diesem Ding irgendwie logisch dass ich mich okay komm 3 Minuten 20 aus der Barman ich habe ja einen sterbenden Typen stöker so der ist nicht böse lustig entstürzt kann ich das ich bin hier ich bin hier alles gut man immer in der Nase nach aus der Bahn die Proteste auf ach komm man ja dann gehe ich hinter ihn dann kann ich die Kamera klitsch dich lieber nicht so dann können wir das auch können wir das auch irgendwie schaffen ach ich erinnere mich an meinen guten Pagemann der hat nicht geklitscht so jetzt einfach mal weiter und hoffe dass er einfach automatisch mitkommt man ich gehe jetzt einfach vor man der wird schon der wird mir schon automatisch folgen hier bin ich Nino May schnell Double H ist bei mir er braucht Hilfe Double H meldet sich zum Dienst die Alpha Abteilung hat Besitz von den die Schuhe die zu Diensten May wir müssen ihm unsere letzte Dosis gegen geben Kannst du mich hören sag etwas sein Puls wird schwächer bereite die Injektion vor May schnell wir verlieren ihn ich bin hier hab alles wird gut Halt durch es ist fast vorbei hab ist gerettet dank dir Jade ich hab nur er ist ein Kämpfer er kommt durch in ein paar Wochen ist er wieder auf den Beinen Freunde ich glaube Jade hat uns soeben eine erstaunliche Demonstration ihrer Courage gezeigt gute Arbeit Kind gut nun sehen sie mal hier dorthin werden nicht nur die Opfer gebracht dort befindet sich auch ihr Onkel Jade die alten Schlachthäuser ihr nächster Bericht Jade dein letzter Bericht aus der Fabrik hatte eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung die Helianer haben uns spontan ihre Unterstützung gezeigt Double H ah glücklicherweise hat er das irgendwie überstanden aber ihr seht er wurde infiziert von was ich weiß nicht aber er oh oh Leute alles meins yeah ah Helianer ihr seid großartig so sind schon viele Iris Agenten von der Alpha Beteilung gefangen wir sind so vorsichtig wie es ihm geht aber sie sind überall wir haben seit Tagen nichts mehr von unserem Chef aus Hillis gehört der Chef von der Hillis Gruppe niemand von uns kennt seine Varidität wir könnten ihnen nicht einmal helfen wir wissen nicht immer wer ist hält die Alpha Abteilung die Schlachthäuser wird's davon können wir ausgehen dort scheinen alle Bewegungen zusammenzulaufen es wird sehr schwierig dort hin zu gelangen wird es schaffen das Schlimmste hat er überstanden dank dir er braucht nur jetzt hier Fero hat er meine Fotos auf der Blick bekommen natürlich sie wurden bereits kopiert und bearbeitet du hast unglaubliche Arbeit geleistet sehr vorsichtig Jade ja so langsam beginnen hier die Leute zu verstehen was hier eigentlich los ist und was hier hinter den äh hinter der Alpha Abteilung kommt und ich liebe die Musik Barascha BFAAFE Einer für alle alle für einen Carlson und Peters Seite 823 Oh Double Age Selbst hier wo es dir so schlecht geht hilfst du uns ach das ist doch nett da kommst du wieder in Ordnung ich glaube es schon das ist das zweite Mal dass ich mein Leben gerettet habe bestellt TNA Carlson Peters Seite 1822 823 bestellt so ja das ist für dich so die Musik ist gut bist du dabei Arascha oder was was sagen sie denn müssen sie eigentlich nochmal kurz hören weil die Musik gefällt mir so gut ach ok wir gehen jetzt auch so weiter aber die Musik so ok wir werden jetzt noch ein paar Highly-Items kaufen weil die kommen wir definitiv und immer mehr tun hier rebellieren gegen die Alpha Abteilung und apropos Alpha Abteilung ich denke wir haben ja nur nie die Schlüssel und können jetzt hier ganz klammheimlich einbrechen das stellt ja niemanden so Alpha das ist mir doch wurscht wer hier ist ich glaube wir haben einen Weg hineingefunden ich mein Freund das war ganz allein ich genau das ist Aufgabe für dich man schieben aber ich komme da rein komm geh weg oder auch nicht ne na das ist doof da kann man nicht rein aber da unten war doch auch noch ein Eingang oder habe ich das jetzt falsch gesehen hm doof so dann versuchen wir es mal hier unten hier unten war er auch nochmal seht überall beginnen hier die Leute im Endeffekt hier zu revolution aber mein Gott wenn ich erfahren würde dass hinter den Helmträgern hier dann so Schleimmonster wären dann ist das definitiv hier verständlich nicht mehr schießen kann ich hier schade aber hätte ich vielleicht auf der anderen Seite irgendwie schießen können na ist jetzt auch wurscht so irgendwann vielleicht kommen wir irgendwann mal hier rein machen wir nicht jetzt denn jetzt Leute müssen wir zur Mama Go denn bei Mama Go gibt es die besten Teile nur bei Mama Go so aber erstmal müssen wir den vorbei und die lustigen Feng Shui Kämpfe hier so we want you oder was stimmt da so also wir gehen jetzt jetzt zu Mama Go Mama Go fertig sind ich hoffe da werden wir nicht so schnell fertig weil ich will jetzt shoppen man aber wahrscheinlich kann mir ich kann mir im besten Fall wahrscheinlich ein einziges item leisten da ist alles kaputt wenn wir so weiter fahren sind wir auch gleich kaputt ähm und dann werden wir zum alten Schlachthaus fahren man und wie gesagt ich habe es schon 300 Mal gesagt ich hoffe der Name ist einfach mal nicht Programm oh jetzt bin ich wieder auf der falschen Seite na das ist nochmal das ist der schnellste Weg dich hier nicht zu gehen man das drum ist viel zu langsamer man Page das hast du noch zu gebaut man alles was du baust ist doch eigentlich super so dann fahren wir nämlich hier durch stehen auf der falschen Straße also Wasserseite übrigens hä hat er mich gerade angepupst wieso können die eigentlich alle fliegen fällt mir auf man ich meine Tratzky Boot ist natürlich cool man aber die können alle fliegen und ich nicht naja immer ärger man wir brauchen den Perlendetektor von Ming-Tus er ist ausgestorben nützlich ja den werden wir uns jetzt als nächstes holen aber erstmal gehen wir zum Mama Go und dann schauen wir uns hier den Perlendetektor an das werden wir wahrscheinlich wieder immer schaffen so zu Mama Go es kommen sie immer zurück hey Jade wo hast du die ganze Zeit übergesteckt weiß nicht ich habe hier versucht die Welt zu verändern so 15 Hammer 15 ach 13 Hammer was ist denn das darf ich mal fragen was das ist Sprung hier damit kann man springen ich glaube das brauchen wir sogar Flugstabilisator was mache ich da identifizierung ok ein ein S.O.D. 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 stellt die Energie des Pfads eine Büchse Krababs stellt die Energie vollständig wieder kann man lieber Krababs das drum will ich haben man sieht dick aus ok Leute das ist jetzt leider nicht so erfolgreich gewesen das ärgert mich jetzt doch ein bisschen was haben wir hier noch dann müssen wir noch mal warten dann würde ich sagen werden wir jetzt beim nächsten mal ähm erstmal uns hier äh hier ja irgendwie schauen dass wir den ähm Perlendetektor finden und danach müssen wir noch zwei Perlen sammeln weil ich denke ich bin mir ziemlich sicher dass wir sogar zwei Perlen noch uns holen müssen damit wir überhaupt weiter kommen aber das wie gesagt erst beim nächsten mal bis dahin haut rein und wir sehen ciao